Endlich gibt es wieder Wissenschaft. Heute gucken wir uns zwei gigantische Studien an über Eier. Ich kann euch hier unten auch die Eier-Playlist verlinken mit meinen ganzen Videos gegen Eier, die ich schon gedreht habe. Und wir wissen natürlich alle, dass Eier extrem ungesund sind. Und auch da kann ich empfehlen mein Video Eier sind ungesünder als das Rauchen. Kennen wir aus der einen veganen Doku, die natürlich absolut recht hat und das absolut korrekt war, weil die das absolut wissenschaftlich gemacht haben und einfach verglichen haben, wie sind die Risikofaktoren dadurch, dass du Cholesterin isst oder dadurch, dass du rauchst. Und haben gesehen, wie schädlich Eier sind im Vergleich zum Rauchen zum Beispiel. Und heute gucken wir uns zwei riesige wissenschaftliche Studien an, die nach den höchsten Standards gemacht wurden. Eine ist im JAMA Network veröffentlicht worden. Das Prestige, eins der prestigeträchtigsten Journale, die es überhaupt gibt. Das andere ist vielleicht The Lancet. Und das zweite ist Peer Review sogar. Und da gucken wir uns einfach mal an, was sie so aussagen. Wie ihr wisst natürlich, es gibt natürlich Studien ohne Ende gegen Eier. Ihr findet ganz, ganz viele in meinem Dokument, natürlich auch die, die ich euch jetzt zeige. Und wir wissen alle, warum Eier ungesund sind. Das ist ja ein logischer Menschenverstand, indem du dir natürlich, es gibt zwei Seiten, die Menschen, die Eier essen. Gucken Sie sich natürlich das von dieser Seite an, also von der Seite der positiven Inhaltsstoffe. Und gucken Sie sich an, was ist Positives in Eiern drin. Ist Positives in Eiern drin? Ja, natürlich. Natürlich ist dort Positives drin. Aber das ist nun mal vielleicht nicht mal ein Prozent vom Ei wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite haben wir alles Negative. Das ungefähr 99 Prozent vom Ei ausmacht. Kannst du einfach berechnen, indem du Gewicht von Mineralstoffen und Vitaminen, das ist das einzig Gesunde, was da drin ist, ausrechnest. Es gibt ja Angaben, wie viele Milligramm an bestimmten Vitaminen zum Beispiel drin sind. Addierst die alle auf. Und dann zum Gewicht, im Vergleich zum Gewicht von 100 Gramm, wie viel macht das aus? Dann kannst du ungefähr sehen, dass das wahrscheinlich nicht mal bei einem Prozent rauskommt. Und alles andere ist schädlich. Ich zeige euch hier nochmal das Bild. Natürlich, warum sind Eier schädlich? Deswegen, weil die das enthalten, was auf der linken Seite steht. Daraus bestehen alle Tierprodukte. Deswegen sind alle Tierprodukte ungesund, weil sie dieselben Inhaltsstoffe haben. Genauso wie Pflanzen dieselben Inhaltsstoffe haben. Nur Pflanzen haben verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, die sich unterschiedlich auswirken. Die anderen wirken heilend aufs Gehirn. Die anderen heilend auf die Gefäße. FMD steigernd, Blutdruck senkend, Cholesterin senkend und so weiter. Das ist die Kraft von sekundären Pflanzenstoffen. Die es nur in Pflanzen gibt. Deswegen heißen die Pflanzenstoffe. Und deswegen sind Eier natürlich extrem ungesund. Und das weiß auch jeder Mensch, der sich nicht belügt. Und Eier steigern auch den Cholesterinspiegel. Das weiß man auch. Und dafür guckt man die Videos zu Cholesterin. Und die ganzen wissenschaftlichen Paper. Wenn du da wissen willst, wie es wirklich aussieht mit dem Cholesterin, guckst du dir Metabolic Watch Studien an. Wo mit Baseline gerechnet wurde. Wo man mit einer niedrigen Baseline ausgegangen ist, anstatt Menschen zu nehmen, die schon Cholesterin gesättigt haben im Blut. Sodass es nicht mehr ansteigen kann. Und dann kann man super toll Studien verfälschen. Und wir gucken uns heute ganz genau Studien an, die nicht mit neun Personen gemacht wurden. Und nicht über einen Zeitraum von 14 Tagen. Sondern wir gucken uns hier ein ganz anderes Kaliber an. Das erste veröffentlicht im JAMA. Eines der prestigesträchtigsten wissenschaftlichen Journale, die es gibt. Studie aus 2019 an über 29.000 Personen und 17,5 Jahre durchschnittliche Beobachtungszeit aus sechs prospektiven Kohortenstudien. Das sind keine retrospektiven Studien, die rückblickend sind, sondern prospektive Kohortenstudien. Und die Findings. Was sind die Findings? Hier hat man sich halt angeguckt, wie wirken sich Eier auf die menschliche Gesundheit aus. Vor allem auf das, was die Menschen halt interessiert. Das sind die Todesursachen. Ihr wisst, die größten Todesursachen der Welt oder die größte Todesursache der Welt ist das kardiovaskuläre System. Das heißt, deine Gefäße und dein Herz. Denn das ist das, woran die Menschen sterben. Ihr könnt hier sehen, die allerersten beiden. Ich zume mal ein bisschen ran. Die allerersten beiden Todesursachen überhaupt, die es gibt. Koronare Herzkrankheiten. Das sind die Gefäße am Herz. Und Schlaganfall, das ist eine Gefäßerkrankung. Das hat alles mit dem Gefäßsystem zu tun. Also alles, was Gefäße und Herz betrifft, das ist ganz genau das, was interessieren sollte. Deswegen guckt man sich das auch ganz genau an. Und man weiß natürlich, dass Eier eine absolute Cholesterinbombe sind, da ein Ei ungefähr 300 Milligramm Cholesterin liefert. Und Cholesterin natürlich absolut mega ungesund ist. Wir sprechen natürlich von dem exogenen Cholesterin, nicht von dem Endogen, was sein Körper selber produziert. Die beiden Cholesterinarten haben natürlich nichts miteinander zu tun. Sobald du von außen Cholesterin ins System reingibst, störst du deine Cholesterin-Homöostase. Und deswegen kriegst du dann zum Beispiel Krebs davon. Und vor allem kardiovaskuläre Erkrankungen, deswegen gibt es halt diese Riesen-Paper zu diesen Themen Eier und Gefäß- und Herzerkrankungen. Und was hat man hier festgestellt? Für alle 300 Milligramm Cholesterin pro Tag, das ist ein Ei, alle anderen Tierprodukte haben auch Cholesterin, niemals vergessen. Cholesterin gibt es nur in Tierprodukten, was so ein komischer Zufall. Für alle 300 Milligramm Cholesterin pro Tag steigt das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen um 17% und Gesamtsterblichkeit, das heißt du stirbst an irgendetwas, um 18% und jedes zusätzliche halbe Ei pro Tag steigert das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen um 6% und Gesamtsterblichkeit um 8%. Und das Ergebnis der Studie, das was sie daraus ziehen ist, das Essen von Cholesterin oder Eiern ist signifikant assoziiert mit höherer Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Erkrankungen und Gesamtsterblichkeit und zwar dosisabhängig. Das ist ganz wichtig, die ganzen Studien auch zu Cholesterin und Krebs zum Beispiel, die zeigen einen dosisabhängigen Zusammenhang. Das ist dosisabhängig, heißt einfach, je mehr du davon isst, umso schlimmer, umso höher steigt die Wahrscheinlichkeit zu erkranken. Das sind dann die Dose Depend Studies und sind alle beide übrigens, die ich euch heute zeige. Ihr könnt euch das hier angucken, absolut mega interessant. Das ist auch das Full Paper, das ihr euch hier angucken könnt, im JAMA veröffentlicht tatsächlich. Und dann gucken wir uns diesen dicken Schinken an. Der ist peer-reviewed, das heißt, der hat eine Qualitätsprüfung durchlaufen, bevor es veröffentlicht wurde, wo unabhängige Wissenschaftler das analysiert haben und sich vor allem die Methodik angeguckt haben, ob das alles richtig gelaufen ist. Das Beste, was du kriegen kannst, ist ein peer-reviewed Paper. Und das hier ist eins und das ist auch kein kleines Ding mit 100 Teilnehmern und einem Monat Laufzeit, sondern gucken wir uns das Teil mal an. Das ist eine Observationsstudie aus 2021 an über 500.000 Menschen, durchschnittliche Beobachtungszeit 16 Jahre. Und das Ergebnis ist, die Gesamtsterblichkeit steigt statistisch signifikant an, wenn man Eier isst, P-Value 0,001. Jede Zugabe von 300 Milligramm Cholesterin der Ernährung resultiert in einer 19% höheren Wahrscheinlichkeit zu sterben, 16% höhere Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Erkrankungen und 24% höhere Wahrscheinlichkeit für Krebssterblichkeit. Es wird wahrscheinlicher, dass wenn du Krebs hast, dass du daran stirbst. Und jede Zugabe von einem halben Ei pro Tag resultierte in einem 7% höheren Risiko zu sterben. Im Kontrast gab es eine statistisch signifikante Senkung der Gesamtsterblichkeit, wenn man Eier ersetzt, P-Value auch wieder 0,001. Ersetzt man ein halbes Ei pro Tag mit einer anderen Proteinquelle, da haben die auch zum Teil leider Tierprodukte genommen, deswegen sind die Prozente so ein bisschen niedrig, sinkt das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen um 3%, weil die halt Tierprodukte genommen haben, sonst unter anderem, die haben auch Legumes und sowas genommen, also Hülsenfrüchte, aber dann wäre der Prozentsatz höher als 3%. Aber trotzdem, wenn du schon mal die unfassbar ungesunden Eier mit anderen Tierprodukten ersetzt, die nur ungesund sind und nicht unfassbar ungesund, dann senkt das trotzdem schon mal das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Das ist eine gute Sache, liegt unter anderem daran, dass es weniger Cholesterin hat als Eier. Da Eier ja die Cholesterinbombe überhaupt sind. Damit fassen Sie es zusammen und schreiben in der Studie, hier, wenn du die Conclusion liest, Eier und Cholesterin steigern das Risiko für Gesamtsterblichkeit, kardiovaskuläre Erkrankungen und Krebssterblichkeit. Die empfehlen, Cholesterin-Einnahme limitieren und Eier mit alternativen Proteinquellen ersetzen, verbessere kardiovaskuläre Gesundheit und ein längeres Leben. Das ist diese gigantische Peer-Reviewed Study und damit haben wir wieder den ultimativen Beweis. Vor allem, das sind neue Studien von 2021 hier, ganz aktuell gigantisch große Studien und hier wurden natürlich auch adjustiert, ganz klar, die typische Ausrede wie immer von den Eieressern. Es könnte daran liegen und daran liegen. Ihr müsst euch die Frage immer stellen, warum gibt es diese Studien, zeig mir diese Studie zu Erdbeeren. Warum gibt es sie nicht? Stell dir mal diese Frage. Und von daher, warum gibt es so viele von solchen Studien? Warum gibt es die ganzen Studien, die alle natürlich falsch sind und es gibt Gegenstudien, da habe ich jetzt auf Discord wieder gehört, es ist einfach nur wirklich, wo sind die Pro- und Kontraststudien zu Bananen und zu Erdbeeren und zu Kirschen und zu Vollkornnudeln und zu was auch immer. Brokkoli. Komisch, dass es das nicht gibt, aber tausende von Studien gegen Tierprodukte. Woran das liegt? Weil das liegt daran, wenn man sich nicht belügt, das liegt an den Inhaltsstoffen. Deswegen gibt es keine über Pflanzen, vollständige ganze Pflanzen, aber die ganze Wissenschaft ist voll von Studien zu Tierprodukten, wie die Krankheiten auslösen, wie du hier sehen kannst. Es hat sich niemand ausgedacht. Niemand hat diese Giga-Studien gemacht aus Langeweile oder dass hier falsche Ergebnisse drinstehen oder sowas. Das ist ganz genau so, wie es hier drinsteht. Von daher, Leute, esst keine Eier. Eier sind extremst ungesund. Eine der ungesündesten Tierprodukte, die es gibt. Nach der Wurst vielleicht das ungesündeste, was du nur essen kannst. Und auch niemals vergessen, das ganze Tierleid, was damit verbunden ist. Ich werde euch hier mein Video verlinkt zu Backyard-Ecks zum Beispiel, wie die Tiere gequält werden durch Backyard-Ecks. Und niemals vergessen, Eier sind Hühner, ein Hühner-Menstruations-Endprodukt. Das darfst du niemals vergessen. Die menstruieren die Eier. Das ist die Menstruation, was daraus kommt. Von daher kann man da nur guten Appetit wünschen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Kommt gerne auf meinen Discord-Server, da können wir drüber sprechen, wer noch Fragen dazu hat. Die Paper sind wie immer natürlich unten verlinkt. Und die sind in meinem Studiendokument. Das ist das, was ich immer verlinke. Ich werde die ganz hochsetzen, damit ihr die schneller findet. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Esst niemals Eier. Seid kluge Menschen. Fallt nicht auf die Eierindustrie rein, die euch irgendeinen Mist erzählt. Und guckt meine Videos zu Eier steigern Cholesterin nicht. Wo ich das auseinandergenommen habe. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt meine Arbeit gerne unterstützen, indem ihr Kanalmitglied werdet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.